So meine lieben Zuschauer, ein neuer Versuch hier zum JFT Live Trading TV am 7. Dezember zum frühen Abend. Wir nehmen wieder den S&P 500 hier in die Beschau und sehen, dass der hier auf Allzeit hoch notiert und die Party sozusagen weiter geht. Wir hatten unlängst hier eine Annahme getroffen, die den S&P 500 hier zunächst schwächer erscheinen ließ. Der Support zwischen 2.185 und 2.186 Punkten erwies sich dann tatsächlich als Sprungfehler und im Zuge eines euphorischen Marktes ging es dann hier sukzessive weiter nach oben. Und wir haben jetzt unlängst hier im Stunden-Shot-Intervall auf horizontaler Ebene hier bei 2.208, 2.210 Punkten eine horizontale Unterstützung, die, sofern der Index nicht mehr unterstreitet, maßgeblich sein sollte für weitere Aufwärtsimpulse. Also hier im Stunden-Shot-Intervall ist der Trend Strong Long. Das sieht eigentlich hier wirklich ganz gut aus, sodass der Markt hier weiter nach oben streben kann. Und dies jetzt gerade vor dem Hintergrund eines bullischen Jahresausklangs auch höchstwahrscheinlich tun wird. Letztlich, nach dem bisherigen Zugewinn kann hier eine leichte Konsolidierung erfolgen auf Stundenbasis, aber wenn wir hier oberhalb von 2.208 Punkten bleiben, sieht das eigentlich recht bullisch aus. Und der Index hat hier gute Chancen, sukzessive weiter nach oben zu streben und hier letztlich neue Höchststände zu markieren. Das sieht ganz gut aus, das bleibt auch ganz gut, insofern der S&P 500 hier mit Rückenwind. Warum? Weil wir auch auf Tagesschartbasis hier eine sehr, sehr gute Ausgangssituation haben. Und zwar auch hier eine Annahme unlängst, dass wir so ein Stück weit seitwärts konsolidieren, um im Sinne der Saisonalität, und die haben wir jetzt direkt hier sozusagen spätestens ab Mitte Dezember und das wäre dann praktisch nächste Woche der Fall, hier sukzessive bis zum Jahresend strong nach oben anzuziehen. Spricht also hier für weiter steigende Preise. Und wenn wir uns den Tagesschart mal anschauen und insbesondere das Verhalten hier seit dem Sommer hoch, wo sich hier ein Widerstandsbereich aufgebaut hat, hier um 2.185, sehr, sehr massiver Widerstandsbereich, ging hier im August und September wahrlich nicht drüber und mit dem Ausbruch, der eben hier im November erfolgte und dem jetzt erfolgten Rücklauf im Sinne eines Pullbacks, im Sinne einer Bestätigung dieses nunmehrigen Unterstützungslevels, schießt der Index nach oben. Und was hier hilft, um mögliche Kursziele sozusagen zu adaptieren, ist, dass man hier praktisch die Spanne, die Bewegungsspanne vom Sommer sozusagen oder vom Auslauf des Sommers, vom Herbst sozusagen dann nimmt und dies als Projektion mehr oder weniger hier nach oben abträgt. Und dann haben wir hier im Prinzip ein theoretisches Kursziel bei rund 2.250 Punkten. Das wäre zunächst mal das kurzfristige Kursziel hier, welches sich ableiten lässt. Im Weiteren kann man dann natürlich sich auch hier mit den Fibonacci-Levels bedienen, sozusagen vom, ja, das ist wie gesagt die 24-Stunden-Indikation. Man sucht hier ein Support-Level aus, ein massives oder eines der letzten Tiefs oder wirklich das Spike, der hier erfolgte am 9. November im Sinne des US-Wahlgeschehens. Letztlich brauchen wir hier eine Grundlage, eine gute Basis, um sozusagen hier mal anzusetzen, wo die Fibonacci-Levels punktuell landen könnten. Und wenn man da jetzt sozusagen mal den Vortag nimmt, bevor es das gab, hier Fibonacci auflegt und mit der 161er-Projektion sozusagen arbeitet, dann würde man hier auf 2.280 Punkte kommen, die praktisch hier von diesem Kursgeschehen ab dem 7.11. diese Bewegung hier sozusagen einfangen und mit einer Fibonacci-Projektion hier das Kursziel nach oben herauswirft. Gibt es vielerlei Möglichkeiten, auch die Wochen-Pivot-Punkte, die Sie hier sozusagen schon sehen, geben hier ein mögliches Ziel. Der Pivot-Point 3, also das Resistant-Level an dieser Stelle, wäre bei 2.240 Punkten zu sehen. Insofern hier auf der Oberseite auf jeden Fall ein relativ gutes Bild. Ob der Index hier nochmal zurückkommt, gerade in Richtung 2.185 Punkte, bleibt mal dahingestellt. Es sieht hier vielmehr so aus, als würden wir tatsächlich auf hohem Niveau verbleiben wollen und theoretisch hier in Richtung 2.250 Punkte streben. Der Bias ist höchst bullisch. Klar, negativ wäre es jetzt, wenn wir dieses einst die Widerstand nunmehrige Unterstützungslevel unterschreiten würden. Also hier Preise, Kurse unter 2.185 Punkte sind tunlichst zu vermeiden. Wenn es dazu kommt, sind wir mal ganz schnell nochmal 20, 30 Punkte tiefer. Im Worst Case dann sogar noch ein Stück weit tiefer. Aber das glaube ich nun wirklich nicht, dass es so kommt. Aber glauben wir es nicht wissen. Letztlich warten wir mal ab, was der Markt sozusagen uns beschert. Grundsätzlich, der Bias aber durchweg positiv. Gerade vor dem Hintergrund des Jahresausklangs, gerade vor dem Hintergrund der bullischen Saisonalität. Bleibt also interessant. Ich denke, neue Hochs sind sehr, sehr wahrscheinlich und wollen doch mal sehen, wohin die Reise jetzt hier mittelfristig weiterführt. Ich sage Dank für seine Anstalt, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche Ihnen allzeit viel Glück und Erfolg beim Trading. Wenn Sie mögen, morgen geht es weiter auf dem JFD Desktop. Schrägstrich morgen in der Früh schon mit dem JFD Devisenradar. Ich wünsche Ihnen was, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.